Zuvor wussten die Juden nicht, dass Yahweh Elohim, ihr Gott und Schöpfer der Welt, also Jesus Christus, einen Vater hat, mit welchem er samt dem Gott heiligen Geist eine Dreieinheit unterein und demselben Namen bildet, Matthäus 28,19. Auch Christen sollten begreifen lernen, dass es im Grunde nicht um die Frage geht, ob Gott einen Sohn hat, sondern ob er einen Vater hat. Jesus Christus ist Yahweh Elohim, der Gott Israels. Nachdem er inkarnierte, offenbarte er den Juden nicht allein, dass er Gott zum Vater hat, sondern auch, dass er in dem Namen dieses Vaters gekommen war, welchen sie bislang ebenfalls nicht gekannt hatten. Dieser Name Gottes lautet nicht Jehova, sondern Jesus. Wer den Namen Jesus ablehnt, lehnt Gott ab, denn Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Johannes 14, Vers 6 Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Vers 6 End Vers 37 Vers 6 Vielen Dank.